So, Ladies and Gentlemen, meine Damen und meine Herrschaften, ich darf Sie aus aller Recht herzlichst begrüßen. Wenn wir heute etwas ganz Besonderes zum Feiern haben, nehme ich die Hochzeit von unserem wunderschönen Brautpaar. Vorab einen gräftigen Applaus für unsere Brautpaar. Bevor sie sich bestimmt. Ich möchte mich natürlich bei Ihnen ein wenig vorstellen, wenn Sie es am Nachmittag und am Abend hier zu tun haben. Mein Name ist Klaus de Sandros. Ich bin heuer seit 25 Jahren auf der Bühne. Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz, Holland, Belgien, Jugendlichen und Ausland. Seit 2010 habe ich eine Karriere gestartet. Alles zu gern. Ich bin mir sicher heute noch etwas. Ich darf jetzt das Brautpaar bitten, Ihnen herauszukommen. Gehen wir Ihnen einen Applaus, dann gehen Sie sich leichter. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Wir beginnen jetzt mit dem gewünschten Eröffnungstanz. Unsere Brautpaar. Einige Klatschen, durch die Rückseite. Es ist eine Ländere Klatsche für den Rumpen in die Hügel. So, ich hab jetzt die Kaulelern auf volle Runde. Applaus 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 Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020